Manchmal sagt man ja so schön, das liegt in der Familie. So scheint es zum Beispiel bei der Familie Greichen Kellner zu sein. Die sehen sich nämlich nicht nur beim Familientreffen, sondern immer öfters auch im Klima- und Wirtschaftsministerium von Minister Robert Habeck. Da ist zum Beispiel Patrick Greichen. Er war früher Chef der Agora Energiewende und ist heute Staatssekretär bei Minister Habeck. Parlamentarischer Staatssekretär im gleichen Haus ist Michael Kellner. Er war früher politischer Geschäftsführer der Grünen und ist verheiratet mit Verena Greichen. Verena Greichen ist die Schwester von dem eben vorgestellten Patrick Greichen. Die beiden Staatssekretäre bei Robert Habeck sind also verschwägert. Diese Verena Greichen wiederum arbeitet beim Öko-Institut und ist Chefin des BUND in Berlin. Dieses Öko-Institut wiederum erhält insgesamt 3,5 Millionen Euro Steuergelder aus dem Bundeshaushalt und soll das Wirtschaftsministerium in Klima- und Energiefragen beraten. Nochmal zusammengefasst. Minister Habeck finanziert ein Institut, das ihn beraten soll, in dem Leute arbeiten, die sehr enge verwandtschaftliche Beziehungen zu seinen engsten Mitarbeitern haben.